Konnichiwa! 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 ein Masterstudium begonnen. Und glücklicherweise bin ich nach einem Jahr in die Akademie aufgenommen worden. Das war ein Glück für mich, weil ich dort sehr viel lernen konnte. Ich durfte im Orchester praktisch mitspielen und konnte von den Supermusikern ganz tollen Unterricht bekommen. Als ich drei Jahre war, habe ich gesehen, dass Kinder in einem Konzert schön gespielt haben. Sie waren so alt wie ich, denn ich dachte, ich möchte unbedingt auch spielen. Ich habe so nachgemacht. Meine Eltern haben am Anfang gesagt, oh nein, das kostet zu viel. Ich habe nicht aufgeführt, meinen Eltern zu bitten. Dann, nach einem Jahr, durfte ich endlich anfangen. Meine Mutter spielt ein bisschen Klavier und mein Vater ist von der Klassik Sanitik. Ich habe zwei Geschwister. Und nun bin ich Musiker. Sie sind eher folglich, denn als ich Kind war, sind wir fast jedes Wochenende irgendwo hingefahren. Sie sind ins Meer, in die Berge, zum Camping oder Skifahren. Ja, das war eine tolle Erfahrung für mich. Ja, ich liebe München. Die Stadt ist perfekt für mich. Nicht so groß, nicht so klein, nicht so chaotisch, nicht so ruhig. Gutes Bier. In der Umgebung gibt es schöne Natur. Also, ich mag es sehr gerne. Ich finde, die Stimmung des Orchesters ist toll. Alle sind so heiter, lustig und positiv. Ja, ich mag sie sehr gerne. Ja, ich mag sie sehr gerne.